Hallo und herzlich willkommen, wir bekommen einen großen Kampf dieses Mal und zwar sind wir auf der Wüsteninsel, ja, wir wollen hier hinten in dem Turm das Ei holen, unser zweites und bekommen jetzt einen Dreiwellenkampf, hatten wir jetzt auch, ja die letzten paar Male war jetzt keiner mit dabei richtig, deswegen bin ich sehr gespannt, die Dreiwellenkämpfe, die sind meistens immer ja recht lang, ähm, die mit dem Schild hatten diese grüne Blüten, die war auch da. Deswegen lassen wir den Schilden, jetzt haben wir mehr Ziele, und dann haben wir auch noch mal ein bisschen nach vorne, okay, er haut genau den Debug auf den Spatz hin, was eigentlich recht blöd ist, da wollte ich zwar eigentlich nicht drauf kommen, gut, Mathilde darf sich mal unten an den Weg kümmern, und wir haben dann den Debug her. So, jetzt sind immer noch kein ordentlicher Schaden da, einmal, zweimal, so, jetzt sind alle angegriffen, zack, und es geht weiter in den zweiten Teil dieser Runde. Oh, mischt der Blitzabweiter wieder. Hm, okay, aber wir haben natürlich wieder unsere Angriff-Reinfolge, einmal in, da hat sich ordentlich Schaden drauf, und so, und dann. So, wir haben eine Chili bereits, das ist schön, dann darf unser Spatz jetzt auch mal ein bisschen was arbeiten. So, konnten wir ein bisschen was weghauen. So geht's, nehmen wir den noch, na, ich habe ihn nicht ganz wegbekommen. So, Mathilde, einmal, 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 und die Schaden, braucht es schon. So, einmal. Einmal. Und das Schrappchen drauf. So, jetzt können wir direkt ein Glück gehen. Einmal er drauf. Einmal er drauf. Und dann müssten wir das eine Hero-Maxion-Runde durch haben. Dann schauen wir mal nach. Dann lassen wir euch mal den Schwarzen angreifen. Ja, es hat gelangt. So, Runde 3. Ich bin gespannt. Hui, was kommt jetzt? Jetzt kommen wir die Mumien, Zombies. So eine Mumie sein. Okay. Ah, verursacht Sinn hat sich schon für eine Runde. Belebt sich nach. Okay, also wieder Beleber. Das heißt, wir müssen uns ja alle offenmal wieder töten. Dann machen wir ja scheinbar beim Laufen. So, dann machen wir ja scheinbar beim Laufen. Dann machen wir ja scheinbar beim Laufen. So. Äh, Angriff. Okay, jetzt sollten wir das Ganze abräumen hier noch. Damit wir eine Chance haben. Ähm, dann schauen wir mal nach. Kriegt er den runter? Ja, er kriegt ihn runter. Okay, dann müssen wir Mathilde noch schnell hier ein bisschen heilen lassen. Wenn wir für ein möglichst hohes Ergebnis haben. Wir lassen ihn noch ein bisschen hoch heilen. Und er sollte eben noch diese Momente hintertauen. Alle sind weg. Wir haben es alle überlegt. Und ich bin gespannt, reicht es für die drei Stunden. Ja, locker. Und wie locker. So, Send- und Poppenfoto gibt es noch. Wir schauen nach was es gibt. Genau diese Kombination. Aber natürlich mal wieder ein schlecht. Gut, das war die Runde. Jetzt sind wir nicht mehr weit weg von unserem Ei und wir bekommen hier sogar Murmien in der Wüste ab und halt Klasse. Murmienschweine mit Poppenfoto in der Klasse. Ähm, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in einer neuen Runde hier bei Angry Birds Epic. Bis dann. Ciao, ciao.